Es soll sich um einen gezielten Schlag gegen die russische Militärführung gehandelt haben. Am Samstag griffen die ukrainischen Streitkräfte das Quartier des russischen Armeestabs in der ostukrainischen Stadt Isium an. Laut Anton Heratschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers, sollen dabei mehrere Menschen, darunter ranghohe Offiziere, getötet worden sein. Valery Gerasimov, Chef des russischen Generalstabs, sei bei dem Angriff verwundet worden. Das berichten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Eine Bestätigung dafür, dass dabei tatsächlich Putins oberster General Gerasimov verwundet wurde, gibt es bislang nicht. Den Berichten zufolge soll Putins oberster Armeechef durch einen Splitter am rechten Bein verletzt worden sein. Der Knochen sei nicht gebrochen, der Splitter entfernt und es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Der ukrainische Ex-Innenminister Asen Avakov berichtet auf Telegram ebenfalls über die Verwundung von Putins Militärführer. Laut ukrainischen Angaben hielt sich dort auch der russische Generalstabschef Valery Gerasimov auf, um die Offensive im Donbass zu befehligen.